Ich habe ja auch schon ein paar Mal gespielt bei euch, noch in dem wunderschönen alten Theater, was mir großen Spaß gemacht hat. Als völligen Wahnsinn habe ich erlebt, als ich gespielt habe im Schillertheater, als es ans Schillertheater ging. Willkommen bei den Hartmanns. Und da ist es mir tatsächlich passiert, dass ich in der 20. 30. Vorstellung gedacht habe, ich bin jetzt gar nicht mehr dran. Vor der Pause gehst du mal nach oben und ziehst dich schon mal um. Und naja, oben hatte ich schon alles ausgezogen, hatte noch ein Unterhemd an und zog gerade die Hose runter, um ins andere Kostüm zu kommen. Und es kam eine Durchsage, Marion, 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 wo bist du? Dein Auftritt, dein Auftritt. Und ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt die Hose hoch, dann habe ich ganz schnell die Hose hochgezogen, runtergerast. Ich musste Gott sei Dank nur mit dem Roller fahren, im Unterhemd, auf den Roller, über die Bühne gerast. Und dann leider nicht, am Schluss war nur so ein ganz kurzer, schmaler Durchgang, musste ich immer die Schulter reindrehen, um da durchzukommen. Das habe ich in dem Moment dann vergessen in meinem Unterhemd und bin volle Kanne gegen das Metall gerast und war dann so links und rechts etwas lädiert. Aber ich habe es überlebt und ich kann mich ja heute noch bewegen, also insofern kein weiterer Schaden entstanden. Ab da saß ich dann wieder ganz brav hinter der Bühne, bis mein Auftritt kam.